Entschuldigung, Frau Schneider, äh, ich kann das da nicht lesen. Frau Schneider, nochmal, bitte, nochmal, nochmal, ja, ich wieder. Frau Schneider, bitte. Frau Schneider, hallo. Wenn Sie mal keine Ahnung haben, was an der Tafel steht, einfach mal eine Schelle geben. Guten Morgen, Herr Grabowski, Sie sind zu einem allgemeinen Gesundheitscheck hier, richtig? Sehr gut, dann fangen wir doch gleich mal mit dem Patellaseenreflex an. Kennen Sie das auch? Manchmal erscheint Ihnen einfach alles verschwunden. Vereindruckend. Auf einmal kann ich wieder alles sehen. Wir helfen Ihnen in jeder Lebenslage und das sofort. Dafür stehe ich mit meinem Namen.